Es war mal wieder an der Zeit, einen guten Freund in Hamburg zu besuchen. Stressfrei und gemütlich saß ich im Metronom, also der ICE. Der Fahrkartenkontrolleur betrat nach einiger Zeit den Waggon. Ich sah ihn und rannte weg. Der junge Mann nahm sofort die Verfolgung auf. Wir rannten durch den halben Zug. Im vordersten Wagen angekommen, schrie ich, er ist da. Und zeigte ihm ein gültiges Ticket.